Mr. Weinbutt sagt, das war ein klassischer Tritt in die Fresse. Ich mache mich jetzt hier mal fertig, damit man mal loslegen kann und ich müsste hier vielleicht sogar, wo ich das letzte Mal gespielt habe, bei mir auf meiner Yacht sein. Genau, die habe ich mir das letzte Mal rausgelassen. Ja, und bevor wieder alle meckern und mosern und sagen, hier ja, keine Ahnung, ja, ich habe einen in Unlockall, ich gebe es wirklich zu, ich sage das hier auch öffentlich, ist mir irgendwie Schnuppe, sage ich mal. Habe leider arbeitstechnisch keine Zeit, immer hier ewig lang so rumzuspielen und rumzugeiern und mir wirklich die ganzen fettesten Sachen am Start zu holen und Mr. Weinbutt braucht einfach immer die fettesten Sachen, die am Start sind bei GTA. Wir wandern jetzt hier mal raus und dann würde ich sagen, chillen wir uns erstmal nach oben aufs Oberdeck und dann würde ich mal mit euch gemeinsam zum neuen Update einfach mal gucken und finde den eigenen Ausgang hier am Boot nicht. Ich glaube, ich bin schon falsch gelaufen. Ah, hier ist meine Baddame. War trotzdem erstmal schnell einsaufen. Wenn wir im echten Leben schon keinen Alkohol kriegen, dann ziehen wir uns wenigstens hier rein. Ah, das muss man richtig anziehen hier. Was ist denn los? Ich sitze hier rum wie so ein Assi. Ja hallo, kannst du mir jetzt mal Whisky geben oder was? Was ist denn los mit dir? Hallo. Das T-Shirt, ich feiere es einfach so, dieses kleine geile Herz. Richtig nice. So, jetzt haben wir einen gesoffen und jetzt ist es Zeit, die Millionen zu verprassen. Beziehungsweise, bevor wir uns irgendwas kaufen, ich werde glaube ich die Woche, sag ich mal, so das ein oder andere Fahrzeug, was es neu gibt, so nach und nach vorstellen. Entschuldigung. Oh, Mittagessen war ein bisschen fettig wahrscheinlich. Ähm, werde ich euch mal vorstellen, was es was ist denn jetzt hier. Komme ich denn hier nirgends aus dem Schiff raus oder was? Bin ich blöd? Das ist doch schon der Ausgang, meine Fresse, ey. So, auf jeden Fall nochmal von Anfang an. Ich werde jetzt erstmal ins Handy gucken und schauen, was es alles gibt. Ich habe auch noch keine Organisation gegründet, was ich in dem Sinn wahrscheinlich dann in den nächsten paar Videos auch machen will. Wie gesagt Leute, Pack Openings kommen gesichert auch wieder, aber ich möchte erstmal kurz warten, bis ein neues Update rauskommt von Call of Duty. Weil, sag ich mal, ich habe ja jetzt alles. Das ist eigentlich dann auch für euch schwachsinnig zuzugucken, wie ich immer wieder einfach nur irgendwelche Sachen ziehe, die wir sowieso schon haben. Oh, geil. Wer möchte hier? Nein, ich möchte jetzt da nicht mitmachen bei der Herausforderung. Wer möchte nicht in der Früh aufwachen und hier seine Eier schaukeln? Sagt's mir bitte. Wer sagt, dass das nicht einfach ober-mega-fett ist? Gucken wir mal kurz, ob sie den Heli schön geputzt haben. Ja, traumhaft. So, dann starten wir mal unser gutes Handy. Gucken, ob es noch Saft hat. Und dann fangen wir einfach mal an bei Elitas Travel. Ob es da was schönes Neues gibt? Oh, und was sehe ich da schon? Teil von Fine & Zen Filoni. Okay. Einen neuen Hubschrauber gibt es hier am Start. 2,295 Millionen Dollar. Scheiß drauf! Die schlankester Aerodynamik auf dem Markt. Mehrfach geknickte Roterblätter, Heckroter. Wenn Sie von einem Wochenend Ketamin-Workshop zur Förderung des Teamgeistes zurückkommen, gibt es keine teurere Möglichkeit. Wahnsinnig schnell mit perfektem Komfort nahezu lautlos zu reisen. Das ist die wirkliche Business Class. Nice! Richtig nice! Kommen wir später dazu. Werde ich mal geiern. Werde ich mal fliegen im Video. Dann haben wir hier von Elitas Travel den Nimbus. Okay. Da ist so schöne Abdeckungen hier dabei. Richtig geil. Kreativvordenker haben schon immer Hörgel auf den Bahn gerufen. Was ist denn mit den CO2 Emissionen? Wieso soll ich meine Reisezeit quer über den Kontinent um 30 Minuten verkürzen, wenn es doch Videokonferenzen gibt? Wieso ist der Toilettendeckel aus Rhinoceroshorn gefertigt und so weiter? Zum Glück sind die Feinde des Fortschritts völlig unhörbar, wenn sie in 40.000 Fuß flugheben mit ihrem Geschäftspartnern verkehren. Richtig nice auch. Schade. Gibt es bestimmt vielleicht irgendwann eine Goldversion, wenn wir Glück haben. Gehen wir mal zurück. Halt. Hallo. Ich habe da jetzt gerade draufgedrückt. Neueste Ware. Ah, hier. Okay. Okay. Also bei Flugzeuggeräten gibt es anscheinend nur zwei Sachen hier bei Elitas Travel. Das ist ja gar nicht so schlecht. Immerhin was. So. Als nächstes möchte ich erstmal die Legendary Motorsport aufheben, weil ich total geil auf die Fahrzeuge bin, auf die neuen. Dann gucken wir mal bei Warstock Catch & Carry hier rein. Brickade. Teil von Finance & Filoni. Im Leben jedes Menschen kommt einmal der Moment, wenn man samt Großfamilie über 10 Tonnen empfindlicher Handelsware mit durch einen Bürgerkrieg transportieren muss. Und wenn dieser Moment kommt, gibt es nur eine Wahl. Aber für den Rest der Zeit hält er sich auch im Pendlerstau ganz gut. So nice. So, so nice. Den kannst du bestimmt panzern und so. Geil. Was haben wir noch Schönes? Oh, den Cargobob. So nice. Das ist der fliegende Bus, von dem Sie immer geträumt haben. Der Cargobus ist ein zweimotoriger Transporthubschrauber mit Tandemrotor, den Sie schon in etliche melodramatischen Luftrettungsszenen in jedem Kriegsfilm gesehen haben. Je nachdem, wie viel Kilo Koks oder Kriegsgefangenen Sie im Frachtraum gestopft haben. Ist nicht nur überraschend hässlich. So nice. Okay. Sorry, ich habe so einen richtig ätzenden Kack-Heuschnupfen an der Fratze hängen. Teil von Finanzen für Lonnie. Jetsam Cargobob. Okay, was kann der? Mit Jahrzehnten an Erfahrung beim Transport von Maritimen in Gefahr geht und versteht eine Firma wie Jetsam, dass Jahrhundert Umweltkatastrophen ständig passieren. Dieser ehemalige Industriecargobob hat Tonnen von chemischen Dyspergiemitteln und Totenmeeresgerät und die Präziseküste hoch und runter geflogen. Also können Sie sich sicher sein, dass er bewältigen kann, was auch immer Sie damit vorhaben. Okay. Der kostet ein bisschen mehr oder was? Oder ein bisschen weniger? Der kostet ein bisschen mehr, aber dafür hat er mehr Power. Saugeil. Okay. Da haben wir drei Sachen, die es neu gibt. Auch nicht schlecht. Gucken wir mal bei den Booten rein, dass wir da Schönes haben. Dein ist der Executive. Ah! Der Immobilienmarkt hat jetzt quasi eine eigene Kategorie nur, wo man Büros kaufen kann. Jawohl. Das ist auch nicht schlecht. Da geht es richtig ab in Weinwood. Neueste wahre Teile von Finance and Filoni. Hafenschlepper für 1,2 Millionen. Der Nervenkitzel des Abenteuers Seefahrt ist nur eine Ratenzahlung entfernt. Stechen Sie in See mit einer steifen Brise im Rücken und einem Schiff runds vollgepackt mit illegalen Immigranten. illegalen Immigranten. Also, Meinwood oder allgemein GTA ist immer auf der Höhe der aktuellen Situationen auf der ganzen Welt, sag ich mal. Irgendwann werden sie an der Hafenbehörde vorbeischippern und dann müssen sie selbst unter Deck. So ist das Leben. Nice. Kann man mal kaufen. Weiß nicht. Ist auch nur eins drin jetzt aktuell vom neuen Paket. Das ist dieser Schlepper. Mal gucken, für was man den jetzt dann in den nächsten Missionen braucht. Habe übrigens vor, wenn einer Bock hat, ich werde die Weinwood Army Crew Organisation gründen, vielleicht hat der ein oder andere mal Bock mit mir eine Runde zu zocken. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren unten drunter schreiben. Dann schauen wir mal, dass wir uns am Wochenende vielleicht mal die Zeit nehmen, dass ich mal mit zwei, drei Leuten vielleicht spiele. Werde ich mal gucken. Kann leider nur nicht immer mit euch allen spielen. Das ist halt das Problem. Oder zumindest nicht gleichzeitig. Ich bemühe mich wirklich, wenn ich Zeit habe, dass ich mit dem einen oder anderen mal eine Runde zocke. Ist aber meistens immer schwierig. So, Docties haben wir fertig. Dann gehen wir mal auf die Sausse an San Andreas Super Autos. Hier haben sie das Titelbild geändert, so wie es aussieht. Es war vorher schwarz, glaube ich, oder? Da war nur San Andreas hier in der Mitte gestanden. Da gibt es allen Anschein nach auch nur eins. Und das ist der A-Team-Bus. Gravado Rumpo Custom. Es gab einmal eine Zeit, als die bloße Erwähnung des Namens Rumpo ausreichtete, damit jedem Entführungsopfer in Amerika ein kalter Schauer den Rücken runterlief. Richtig nice. Kugelsichere Fenster, zusätzliche Federung und eine große Bodenfreiheit. Verleihen dir im Gelände Bewegungsfreiheit und in der Stadt einen Hauch paramilitärischer Härte. Okay. Kann man mal ein bisschen auf A-Team machen. Das ist auch nicht verkehrt. Gut. So. Dann kommen wir zu meinem, sag ich mal... Nee, wir gucken uns erst mal die Immobilie an. Okay. Dynasty Executive. Da kann man sich dann die neuen Büroräume geiern, sag ich mal. Wir haben mehr Immobilien als jeder andere Makler in Los Santos. Und in dieser Stadt wissen wir, das Größte und das Beste ist dasselbe. Okay. Verfügbare Immobilien anzeigen. Ah. Neu. Gibt es da jetzt neue Häuser? Designer Apartment, Designer Apartment, Stelzenhaus, Stelzenhaus, Stelzenhaus. Ich glaube die Stelzenhäuser sind alle neu, oder? Oder habe ich da was verpasst? Das ist aber jetzt kein Teil von dem neuen Apartment, oder? Oder sind das jetzt einfach viel mehr? Es sind sowieso alle viel zu billig, ey. Mein Konto stand viel zu hoch dafür, um das, sag ich mal, nur dafür zu verwenden. Also, mit so was gibst du dich nicht ab. Ähm. Ich geh jetzt hier nochmal drauf und geh mal hier trotzdem erstmal auf Legendary Motorsport. Wow. Fett, Alter. Ein Aventador Nachbau. Ich flip aus. Pegasi Reaper. Mega nice. Guckt euch das Gerät an. Statistisch gesehen ist es wahrscheinlicher eine tödliche Gehemdblutung durch die Beschleunigung in eine Pegasi Reaper zu bekommen, als durch alle anderen der modernen Medizin bekannten Aktivitäten. Geil, Alter. Da freue ich mich schon, die ersten Runden damit zu drehen. Richtig nice. Ich glaube, mit dem werde ich vielleicht im nächsten Video auch anfangen als Vorstellung. Richtig krass. Richtig, richtig krass. Richtig, richtig krass. Ne, ich werde es auf jeden Fall so machen. auch bei GDA. Es ist mit Sicherheit ganz schön interessant. Kann ich mir vorstellen. Tut mir leid, wenn ich etwas Falsches sage. So, was haben wir dann als nächstes? Das sieht mir ein bisschen aus wie der McLaren Wappet FMJ. Hm, FMJ. Ist das nicht diese hässliche Variante, die es bei Black Ops gibt? Hm. Wie man schon an der Häufigkeit von Herzversagen bei Kindern erkennen kann, war das Verhältnis von Masse zu Kraft nie Amerikas Stärke. Bis jetzt. Für den FMJ hat Wappet eine amerikanische Supersportwagen auf Gemüse-Diät gesetzt und ihm eine Darmspülung verpasst. Das Ergebnis? Mit der gleichen urzeitlichen Maschine und einer Karosserie, die aus 90% Kohlefasern und 90% und 10% patriotischen Gefühlen besteht, springt das Ding von 0 auf 100 mit weniger als einem leichten Niesen. Okay, klingt auch interessant. Hier, gut zu erkennen, das gute Audi-Lenkrad. Fehlt nur die Abflachung unten. Die Lüftungsgitter aus dem Audi A3. Kenne ich mich aus. Bin im Autogeschäft tätig. Ach, schön. Dann haben wir hier den Ferrari Berlinetta. Auch nicht verkehrt. Ganz gut zu erkennen an der Lichtführung und hier an dem Geschwungen nach hinten. Best der GDS. Klingt auch ähnlich. Sag ich mal, Gott, die ist ja die Ferrari-Marke hier. Man kann also doch alles auf einmal haben. Kraft, Klasse, Innovation mit Stammbau und gutes Aussehen mit Charakter. Der Best der GTS verfügt über die Finesse und Wildheit eines Supersportwagens. Aber ein einzigartiges Heckdesign schafft Einbauraum für zwei Rücksitze mit mehr als genug Beinfreiheit für zwei Amputierte oder die Kinder. Sorry. Ich lache niemals über Behinderte. Sieht auch nice aus mit der schönen Kulissenschaltung. Ja gut, ich will jetzt hier kein Auto-Channel aufmachen bei Mr. Weinwood. Gucken wir uns das nächste an. Mercedes GLE oder eine Mischung aus einem neuen Land Rover. Auch nice. Nicht. 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 Schlecht sage ich mal. Nicht. Nicht. Schlecht. Okay. 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 Standard gepanzert kann man hier sogar auswählen. Ist nicht verkehrt. Was haben wir denn da im Hintergrund für einen drin? Kannst du dich mal muten, Junge? Good job. Das gibt's doch gar nicht. Du störst meine Aufnahme, du Kamelli. Oh Gott. Okay. Wo ist der? Ah, sorry. Der gepanzerte, richtig geil auf jeden Fall. Wie gesagt, wir wollen kein Auto-Channel. Mach kurz eine Vorstellung nur, damit ihr seht, was es gibt. Das ist der letzte. Der gute Rolls Royce natürlich. Ah, vom Enos Winzer Cabriolet. Das ist natürlich mega fett. Mega geil. Einfach geil. Und geht eigentlich. 900.000 Dollar. Ist ja eigentlich ein richtiger Witz. Sau, sau nice. Sau, sau nice. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich es so machen will. Aber ich denke, jetzt gucken wir mal hier bei Bennys rein, ob die auch irgendwas Neues gekriegt haben. Ich glaube es aber allerdings nicht. Das mit den Sternen war alles schon bekannt. Sabre Turbo. Wo ist denn der hin? Ah, hier genau. Dickler Sabre Turbo. Ne, das war es auf jeden Fall erstmal hier mit dem Update, glaube ich. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das war zumindest jetzt erstmal die ganzen Fahrzeuge und alles. Das finde ich als Mr. Weinboot natürlich, sage ich mal, schon mega, mega nice. Mega nice. Das war also kein Urfett, Alter. So. Hier mache ich aber erstmal einen kleinen Cut und mache Schluss. Zu den Waffen und zu den, sage ich mal, Häusern und sowas es gibt, komme ich dann in der nächsten Folge. Ich lasse es jetzt erstmal so stehen. Falls ihr mal wirklich Bock habt, mit mir zu zocken, schreibt es einfach mal unten drunter in die Kommentare. Ich hoffe, das hat euch jetzt erstmal gefallen. Ich gebe euch mal noch so einen kleinen, richtig abgehobenen, krassen, ja, kannst du vergessen. Hier an einem kleinen Rundum-360-Grad-Blick von meiner mega geilen Jacht. Vielleicht hat er eine oder andere auch eine. Vielleicht können wir uns mal irgendwie hier im Online-Modus ein bisschen treffen. Weil, wie ihr wisst, scheiß aufs real life. Euer Mr. Weinboot. Bis zum nächsten Video. Ciao.